Herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Ich denke zumindest, dass es ein neues Video wird. Vielleicht baue ich es auch irgendwo anders mit ein. Muss ich mal schauen. Das, was ihr gerade da hinten gesehen habt, das ist ein Hänger. Und ihr seht mich gerade, weil ich auf dem Beifahrersitz sitze, weil ich hole heute mit einem Kumpel ein Auto. Und deswegen, ich weiß noch nicht, ob das in einem anderen Video kommt, ob das ein neues Video wird, werden wir alles gleich sehen. Wir machen jetzt erstmal das Intro und dann zeige ich euch, wer neben mir sitzt. Ich bin gerade auf dem Weg nach Netschgau. Das ist anscheinend irgendein Kuhdorf hinter Karl-Marx-Stadt, also known as Chemnitz. Ich habe bei kleinen Anzeigen zusammen mit einem anderen Kumpel, den ihr wahrscheinlich dann auch noch im Video seht, Auto gefunden. Dann habe ich den Typen angeschrieben und heute fahren wir halt dahin, das Auto hoffentlich abholen. Es kann auch sein, dass ihr das Video niemals zu Gesicht bekommt, wenn wir nämlich das Auto nicht kaufen. Aber egal. Ich will euch aber jemanden zeigen und das hat mehrere Gründe. Hauptgrund der ganzen Sache. Ihr wisst, dass der YouTube-Kanal, Name und auch der Name meiner Firma, das Wort Team beinhaltet. Das hat nichts damit zu tun, dass Team für toll ein anderer macht. Es steht, nee, nee, ich bin aber der Typ, nicht immer nur vor der Kamera, sondern ab und zu auch mal hinter der Kamera, weil nämlich andere Leute was machen, was ich nicht kann. Und in dem Fall ist das der Typ. Das ist der Andy. Andy ist auch ein Schrauber bei mir in der Halle. Und der Andy, und deswegen fährt er heute, hat nicht nur einen Hängerführerschein, sondern auch ein Zugfahrzeug. Und deswegen hat der Andy schon hin und wieder mal ein Auto für mich geholt. Das heißt, der Andy von AS-Teilen kauft Autos an, nimmt die auseinander, hauptsächlich die uncoolen Kisten, die VAG. Ja, auf jeden Fall. Und heute hat er sich halt mal breitschlagen lassen, den fortzuholen. Und ich will einfach nur mal wieder auf den Punkt bringen, dass es ohne Leute wie den da einfach nicht geht. Ich habe keinen Hängerführerschein, ich habe keinen Hänger und ich habe auch nicht das passende Zugfahrzeug. Der Andy hat halt alles. Und deswegen, wenn ihr irgendwo im Großraum Dresden unterwegs seid, klickt mal bitte unten in die Videobeschreibung. Da kommt ihr zu Andys Kleinanzeigen. Da könnt ihr entweder Transportdienstleistungen buchen oder die können dich auch buchen, weil dann bist du quasi wie eine Prostituierte und fährst das Ganze hin und her. Ich transportiere, ihr könnt einen Hänger mieten, wie ihr wollt. Genau. Kein Problem. Und wenn ihr vernünftige, seltene VW-Teile haben wollt, sind sie tendenziell bei dir auch richtig. Ja, denke ich. Gibt so schlechte. Genau. Aber so alles, was so Edition 25 Golf, Edition 30, UBs, wie Rallye, hast du, glaube ich, auch gerade was da? Ja, nicht mehr. Aber so geht die, hauptsächlich geht die Teile. Okay. Also wenn ihr... Aktuell 5. Wenn ihr VWler seid, guckt da mal bitte gut mit rein. Tut mir einfach den Gefallen und gebt dem bei Kleinanzeigen ein Follow oder so. So, Gudi, wir sind jetzt, glaube ich, schon ein Stündchen unterwegs. Halbe Stunde haben wir noch. Und dann schauen wir mal, was ich mir gekauft habe. Ein paar Tage später, der Andy hat mich und das, was ich gekauft habe, gut in der Halle abgeladen. Und wer bei Instagram und Facebook folgt, beziehungsweise wer es Thumbnail gesehen hat, der weiß natürlich schon, was ich mir gekauft habe. Ein kleines Häufchen Elend. Ein weißes kleines Häufchen Elend, bei dem rechts hinten eine ganze Ecke fehlt. Wir fangen aber mal wieder bei den Basics an. Was wir hier haben, ist ein 2009er Ford Focus 2 ST. ST heißt in dem Fall 2,5 Liter 5 Zylinder Turbo mit 225 PS. Zumindest in Serie. Aber das Ding ist alles andere als Serie und deswegen habe ich es auch gekauft. Denn das, was da vorn drin ist, macht jedem RS Angst und Bange. Eingetragen sind bei dem Auto nämlich 310 PS. Der Serien-RS hat nur, und nur ist natürlich immer so ein Ding, 305 PS. Aber diese Mehrleistung hat anscheinend dem Vorbesitzer, naja, sagen wir mal, nicht viel Glück gebracht. Wir sehen es ja hier auf der Beifahrerseite, ist eine kleine Delle. Wäre es eine Beule, würde es ja nach außen gehen, aber hier geht es ja eindeutig nach innen, also muss es ja eine Delle sein. Der Vorbesitzer ist nämlich laut seiner Aussage bei über 160 abgeflogen und unsanft von einem Baum gestoppt worden. Trotz alledem ist der Typ absolut unbeschadet aus dem Auto rausgekrabbelt. Und ich meine, klar, irgendwo ist es logisch, dass wenn man hinten rechts einschlägt und man vorn links sitzt, dass man da relativ vernünftig wieder rauskommt. Aber bei der Hucht des Aufpralls, und hier sieht man ja wirklich, da fehlt eine ganze Ecke, naja, da hätte auch ein bisschen was Schlimmeres passieren können, außer vielleicht nur ein angekratztes Ego. Weil, und das habe ich tatsache auch noch nicht gesehen, aber das machen wir da mit Licht, vielleicht sehen wir es auch jetzt schon, da haben wir Sitze, da gehen wir aber gleich drauf ein. Die Sitze sind da oben innerlich weggebrochen, das zeige ich euch wie gesagt gleich bei besserem nicht. Jetzt würde ich aber mit euch gerne erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Wir schauen natürlich außen, dann schauen wir mal in den Motorraum, dann erzähle ich euch ein bisschen was zu dem Auto und was für euch vielleicht interessant ist, weil ich habe riesengroße Augen bekommen, wir schauen auf jeden Fall mal unter das Fahrzeug und wie so ein doppelter Achsbruch in echt aussieht. Wie gerade schon gesagt, das Ding hat eine Leistungssteigerung bekommen auf 310 PS und diese Leistungssteigerung ist vom Tuner Wolf erfolgt. Wolf werden einige, die in der Ford-Szene aktiv sind, vielleicht noch kennen. Das ist der, ich nenne es mal vorsichtig, Haustuner von Ford gewesen. Und ja, gewesen, der ist nämlich 2023 in die Insolvenz gerutscht, aber das ist ja nicht schlimm, weil der arbeitet halt jetzt nur nicht mehr. Also der ist jetzt nicht bankrott, der ist halt einfach nur insolvent. Genau. Und dort soll damals der Motorumbau passiert sein. Die Leistungssteigerung wurde erzielt mittels eines Upgrade-Laders eingetragen, Ladeluftkühlers von ProAloi eingetragen und eine Auspuffanlage, die zwar ein Wolf-Gutachten hat, aber letztendlich eine 3 Zoll Abturbo-Lader von Friedrich Motorsport ist. Um der ganzen Sache ein bisschen Einhalt zu gebieten, sind hier vorn gelochte Bremsscheiben drauf. Ich schätze mal, dass die von Zimmermann sind. Ich habe aber leider keine Unterlagen dazu. Generell gibt es zu dem Auto leider relativ wenig Unterlagen, weil der, von dem ich das Auto gekauft habe, der hat gesagt, es sei einer von fünf Wolf, ich nenne es mal vorsichtig, Spezialumbauten. Also laut seiner Aussage und falls das jetzt falsch ist, kackt den nicht an, kackt mich nicht an. Ich plappere es nur so nach, wie es halt noch in meinem Hirn irgendwie verankert ist. Wolf hat anscheinend mal 5 STs umgebaut und hat halt diese Leistungssteigerung da draufgeklatscht und hat die dann als Performance-Fort oder was auch immer verkauft. Habe ich leider gar keine Infos zu. Wenn ihr da irgendwas zu wisst, gerne mal unten in die Kommentare schreiben, weil würde mich auch interessieren. Das soll halt einer von den fünf sein. Zwei sind wohl angeblich in der Presse, einer in der Schweiz und einer verschollen. Man weiß es nicht, man wunkelt nur. Wenn das aber der Fall ist, finde ich es ein bisschen schade, dass Wolf das gemacht hat. Zumindest an dem Auto, weil die einzige wirkliche Zusatzausstattung, die ich an dem Auto erkennen kann, sind hier vorn die Xenon-Scheinwerfer. Ansonsten hat das Ding weder einen T-Free, das Ding hat nur den kleinen ST-Heckflügel gehabt, der natürlich jetzt nicht mehr verbaut ist. Der hat auch kein PDC gehabt, der hat im Innenraum keine heizbare Frontscheibe gehabt, der hat keine Sitzheizung gehabt. Zu den Sitzen kann ich leider nichts sagen, weil die wurden mal neu gezogen. Da gehen wir aber dann gleich noch ein bisschen genauer darauf ein, wenn wir halt ein bisschen Licht haben. Aber allgemein, wenn das halt das, ich nenne es mal vorsichtig, Top-Modell von Wolf gewesen sein soll, warum nimmt man da nicht einfach einen ST, der ein bisschen cooler ausgestattet ist. Aber naja, was soll's. Alles in allem, eine nackische Oma mit ungefähr 140 auf dem Zeiger, hat allerdings einen Austauschmotor bekommen, der 105.000 gelaufen hat. Das Doofe ist, der Motor kam zwar rein, also der neue Motor, aber leider ohne Block-Mod. Und das ist natürlich blöd, aber naja. Laut der eBay-Kleinanzeige, heißt ja jetzt nur noch Kleinanzeigen, Entschuldigung, laut der Kleinanzeige soll das Auto 380 PS haben. Auch das war leider nicht belegbar, weil es halt wirklich zu dem Auto so gut wie gar keine Unterlagen gab. Wir können ja da nochmal zusammen durchschauen. Aber, was das Auto ein bisschen interessanter macht, weil es cool umgebaut ist, zumindest in meinen Augen, ist hier vorne die Front. Was da unter der Front ist, das zeige ich euch gleich noch, weil hier wurden die Nebelscheinwerferöffnungen gecleannt und das sieht sehr funky aus. Beim Unfall hat es allerdings, das hier, das ist alles im Kunststoff geschweißt gewesen, die Kunststoffschweißung wieder, ich nenne es mal vorsichtig, entfernt. Also, man hat ja anscheinend wirklich nur einmal eine Blende drüber geschweißt und laut einer Aussage von dem Kumpel, der sich damit sehr gut auskennt, halt nicht besonders gut, weil sonst wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Aber sei es drum. Ob jemandem das gefällt oder nicht, muss jeder für sich selber feststellen. Ich finde es ganz funky. Was ich richtig cool finde, ist aber die Motorhörbe. Und wir haben ja da drüben das passende Äquivalent. Hier sieht man, hier vorne diese Spange, die beim ST in Magenfarbe ist, ist komplett gecleanet und das Ding hat auch keine Wischwasserdüsen. Finde ich ultra sexy. Dafür hat man hier oben, ich glaube aus dem VW-Konzern, Spritzwasserdüsen direkt auf den Wischerarm aufgeklippt und das ist auch sehr schön gemacht worden und sehr unauffällig wäre da nicht dieser beknackte Schlauch. Naja, was soll's. Was ansonsten noch cool ist, ist der Innenraum, habe ich ja jetzt schon ein, zwei Mal gesagt, die Sitze sind komplett neu besattelt worden, sind aber inzwischen auch nichts mehr wert, weil auf der Beifahrerseite ist der Airbag gekommen und der Sitz ist an der Naht gerissen. Also nicht die Naht aufgerissen, sondern an der Naht gerissen, machen wir dann. Und das ganze Ding hat auch noch ein neues Lenkrad bekommen, passend zu der Inneneinrichtung und das sieht wirklich super, super gut aus. Alles in allem tut's mir um das Auto wirklich leid. Klar, wäre es nicht in dem Zustand, hätte ich es nicht so günstig einkaufen können, aber sei's drum. Warum das Auto jetzt noch hier ist, erzähle ich euch gleich. So, jetzt habe ich schon so oft gesagt, dass ich euch gleich noch was erzähle. Jetzt fangen wir einfach mal an, indem wir hier mal fix unter die Motorhaube schauen. Hier sieht's richtig schön männlich aus. Und auch wenn hier oben die Duratec ST-Blende vom ST ist, der Motor selber ist nicht vom ST. Wir haben nämlich hier oben den Motor-Kennbuchstaben stehen und der ST-Kennbuchstabe ist HYDA, hier steht aber HUBA. Das müsste, soweit ich weiß, der ST-Motor, also der 2,5er aus Mondeo sein. Die Motoren sind aber meines Erachtens baugleich, deswegen hat man den wahrscheinlich aus Kostengründen ja reingesteckt. Wie gesagt, das ganze Auto als solches hat 144 gelaufen, aber es kam ein Austauschmotor für circa 12.000 Kilometern, der 105 gelaufen hatte. Also rechnen wir jetzt die 105 plus die 112, hat die Maschine ungefähr 117.000 gelaufen. Wie vorhin gesagt, Upgrade-Lader, 3 Zoll-Abgasanlage, ab Turbolader, dann haben wir hier eine KNN-Ansaugung und was ganz wichtig, ganz cool, ganz groß, ganz selten und ganz teuer ist dieses Ding. Das ist eine, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Anembo-Ansaugbrücke und die ist, soweit ich weiß, aus Vollaluminium gefräst und soll massivste Leistungssteigerungen bewirken, weil das Ding deutlich flowfreudiger ist. Also hier geht die Luft ein bisschen ungehemmter durch, das Ding ist größer und vor allen Dingen ist es nicht aus Kunststoff, kann damit nicht platzen. Soll wobei ein oder zwei RS-Fahrern passiert sein. Ansonsten sehe ich jetzt hier auch anhand der Wartungen, die ich halt gesehen habe, dass unter anderem da unten halt neues Ölfiltergehäuse reingekommen ist, die sollen beim ST auch ein bisschen anfällig sein. Neuer Zahnriemen ist gekommen, sowas, aber halt leider keine Blockmott. Das heißt, würde man den Motor auf Blockmott umrüsten wollen, was natürlich Sinn macht bei so einer Leistungssteigerung, müsste im Idealfall der Zahnriemen dann auch nochmal gemacht werden. Keine Ahnung, warum man es nicht gemacht hat. Eigentlich echt schade. Ansonsten, gut gepflegter Motor, hört sich beim Starten sehr, sehr kraftvoll und sehr, sehr zornig an. Das mag aber auch an der Auspuffanlage liegen. Jo, so und jetzt machen wir das, worauf ihr euch wahrscheinlich am meisten freut, weil ich war echt geschockt. Wir fahren jetzt mal einen halben Meter zurück auf die Bühne, nehmen die Büchse mal nach oben und dann schauen wir mal, wie zerknautscht das Ding von unten ist. der ST ist oben, wir schnappen uns also mal fix eine Lampe. Als allererstes sehen wir natürlich hier Einschlagspuren am Unterboden, aber gut, wenn das Ding halt in den Morast fliegt, ist es halt so, wie es ist. Was aber viel cooler ist, wenn wir da oben hin leuchten, sehen wir da ein ProAloi-Logo, das heißt, der große Ladeluftfühler von ProAloi ist wirklich drin. Ansonsten, von unten sieht das Ding echt relativ frisch aus. Hier Antriebswellen sehen jetzt irgendwie nicht komplett gebumst aus, wobei die natürlich bei dem ST gerne mal dazu neigen, kaputt zu gehen. Mit dem Auto konnte ich natürlich keine Probefahrt machen, wer hätte es gedacht, warum, zeige ich euch auch gleich. Aber zumindest mal sehen sie halbwegs frisch aus, also vielleicht sind die auch relativ neu gekommen. Also da haben wir eine Antriebswelle, Bremse etc., sieht auch alles okay-isch aus, das passt alles. Hier sehen wir dann auch noch mal ein paar Spuren vom Acker, aber hier wird es dann richtig interessant. Wir sehen hier ne 3 Zoll Abgasanlage von Friedrich Motorsport und ja, dieses zusätzliche Flexrohr hier, das gehört wirklich hier hin. Musste ich mich allerdings auch erst mal schlau machen. Hier haben wir einen 200 Zellen HJS-Cut und normalerweise gehört hier vom da eine Plakette hin. Die Plakette habe ich auch noch, die ist aber oben im Motorraum, die war hier nur noch auf halb acht, deswegen habe ich die Vorsicht selber ganz abgemacht. Und wenn wir dann nach da hinten leuchten, ich hoffe, die Kamera kriegt es einigermaßen da rauf. Achtung, ich stelle euch mal scharf. Genau, das soll ein geänderter Turbolader sein. Ich hoffe auch, dass der noch dritt ist, weil auf der Rechnung stand, dass hier ein Austauschmotor mit Turbolader reinkam. Aber wäre ja Quatsch, den Upgrade-Lader rauszuschmeißen, das weiß ich halt leider nicht mehr. Ich gehe davon aus, weil das alles so sauber und so frisch aussieht, dass das trotzdem der Lader ist, der auch zu einem Umbau gehört. Was auch sehr frisch aussieht, das sehen wir unter anderem hier an den Spurstandköpfen, das Lenkgetriebe, ist auch mit Rechnung vor nicht als zu langer Zeit neu gekommen. Aber das wird euch alles wahrscheinlich gar nicht so sehr interessieren wie die Hinterachse. Was wir hier noch sehen, sind rote H&R-Federn. Vorne hat das Ding schwarze H&R-Federn. Und da habe ich zuerst ein bisschen komisch geschaut, aber da oben sehen wir es. Das muss bei H&R wirklich so sein. Die ST-Federn sind an der Vorderachse schwarz, an der Hinterachse rot, warum auch immer. Dann sehen wir hier noch 16 Zoll waren es, glaube ich. Lasst mich schauen. Ja, da oben steht es. 16 Zoll Winterbereifung. Frontmetall kenne ich als Felgenhersteller. Leider haben diese Felge anscheinend kein Gutacht. Zumindest habe ich weder in den Unterlagen zum Auto was gefunden, noch im Internet. jetzt auf die Schnelle. Muss ich mal schauen. So, jetzt genug geteasert. Bam. Hier sehen wir Achsbruch Nummer 1. Also das Ding hat ja nur eine Achse, aber hier sehen wir halt, dass das Ding durchgerissen ist und auf der anderen Seite auch. Also hier waren wirklich rohe Kräfte. Richtig sinnlos am Werk. Und wenn man jetzt hier unter das Auto schaut, wir können ja einfach mal mittig hier hingehen, dann sehen wir es auch, dass die komplette Achse nach vorn geschoben ist. Und das ist letztendlich auch einer der Gründe, davon gehe ich zumindest mal aus, warum das Rad hier massivst über den Radbogen hinaus steht. Also ich glaube, hier ist wirklich einmal alles dort gelandet, wo es nicht hingehören soll. Witzigerweise hat die Friedrich Motorsport Anlage anscheinend komplett unbeschadet überstanden. Ja, hier oben der Halter ist jetzt nicht mehr so geil, aber ich glaube, das ist das kleinste Problem, weil auch wenn der Dämpfer hier schief hängt, die Endrohre sehen so aus, als ob sie genau dahin zeigen, wo sie halt hinzeigen sollen. Also gehe ich davon aus, dass die cool sind. Hier haben wir dann halt nochmal die Plakette. Und auch hier wieder so ein Mysterium. Die Leistungssteigerung beziehungsweise der komplette Umbau ist von Wolf. In dem Gutachten, was hier zu dem Auto, ja, da war mal ein Gutachten da, was hier zu dem Auto dazu ist, steht ein Wolf-Logo drauf. Auf dem Wolf-Zettel steht dann allerdings die FMS, also Friedrich Motorsport-Kennung. Ganz wilde Sache. Ah ja. Hier vorne, der Vorbesitzer, der hat schon mit der Blechschere und der Flex gearbeitet, damit hier hinten wieder ein bisschen Platz wird. Hilft allerdings nichts, die Kiste rollt trotzdem nicht, weil, und das sehen wir hier, der Schwertlenker, das Ding eckt am Reifen an. Das sehen wir, wenn ich euch scharf stelle und ein bisschen nicht drauf gebe, da. Das ist der Schwertlenker, da ist der Reifen und da ist ein Kontaktpunkt, deswegen, das Auto lässt sich echt richtig, richtig, richtig beknackt schieben. Man kann es halt leider nur fahren. Genau. Ja, so schaut es aus. Wahnsinn. Also ich habe schon zwei, drei Unfälle gesehen, aber das ist halt echt next level. Aber der Vorsitzer hat gesagt, er sei mit über 160 eingerastet in das Bäumchen, was da stand. Was wir übrigens gesehen haben, der Baum steht immer noch. Ja, ganz, ganz, ganz wild. So, jetzt holen wir die Kiste wieder runter, dann schauen wir nochmal in den Innenraum, weil da habe ich ja auch schon zwei, dreimal drüber gelabert und dann erzähle ich euch, was ich mit dem Auto vorhatte. Das hat sich allerdings verschlagen, was ich jetzt vorhabe. Gehen wir nochmal fix auf den Innenraum ein und da sehen wir als allererstes Mal da unten noch einen Zuggriff. Das habe ich euch vorhin gar nicht erzählt, denn der Vorbesitzer oder einer der Vorbesitzer, das Ding hat vier in der Zahl, einer der Vorbesitzer hat halt hier die Konstruktion von vort rausgenommen und per Seilzug und Kipphebel vorn durchs Grill beziehungsweise unter der Motorhaube kriegst du halt hier die Motorhaube auf. Aber zurück zum Innenraum, wollte ich euch ja eher noch was dazu sagen. Eine nacktche Oma würde ich fast sagen, weil das Ding hat wirklich innen nur Serienausstattung. Kein Navi, das heißt nur das kleine Display, keine Klimaautomatik, keine Sitzheizung, keine Frontscheibenheizung, wirklich nischt. Was es hat, ist hier dieses Zubehörradio. Dafür musst du allerdings leider hier die Carbon-Blendeweichen, die da eigentlich hingehört. Hier unten sehen wir es noch, jeder ST-Facelift hat da Carbon und hier im Mittelbereich auch, aber die Teile sind wenigstens noch da. Die liegen halt alle hier hinten irgendwo im Kofferraum verstreut. Hier haben wir zum Beispiel die Mittelkonsole, da sehen wir auch das Carbon und die originale Radioblende ist Gott sei Dank auch da. Was aber wirklich schade ist, sind die Sitze. Die hat anscheinend auch mal jemand neu bezogen in, ich würde halt sagen, so eine Art Alcantara und Leder mit roter Naht. Sieht richtig, richtig schick aus. Passend dazu dann auch das Lenkrad. Aber nutzt halt alles nichts, weil durch so einen Unfall geht halt viel kaputt. Wir haben hier drüben zum Beispiel den Beifahrsitz, der ist halt leider aufgegangen. Aber hier seht ihr es, eigentlich müsste der Airbag hier diese Naht wegsprengen. Hat er allerdings nicht gemacht. Hier oben hau genau dasselbe. Er hat halt das Material weggesprengt und damit ist es halt leider auch nicht einfach möglich, die Bezüge hier wegzumachen und dann quasi neue Sitze neu zu beziehen, weil da drüben müsste man halt wirklich den Stoff komplett erneuern. Und was ich wirklich erschreckend finde, hier haben wir ja den Fahrersitz und wenn ich den jetzt hier nach hinten drücke, ich fasse jetzt mal hier an der oberen Ecke an und dann sehen wir schon, der komplette Sitz, der kann sich hier nach hinten bewegen, der ist beim Unfall weggebrochen, der wackelt wie so ein Lämmerschwanz. Irren. Naja, so, jetzt habt ihr glaube ich alles gesehen, was es an dem Auto zu sehen gibt. Ich erzähle euch jetzt noch fix, was ich damit vorhatte beziehungsweise halt vorhabe. Einige werden jetzt sicherlich sagen, cool, der Florian hat endlich den passenden Motor für seinen Turnier gefunden, für den hier, der ja auf Luft umgebaut werden soll. Und dazu sage ich ganz klar Jein, weil ich brauche ja den Motor gar nicht, denn wer länger dabei ist, der weiß es schon, ich habe ja vor etwas mehr als einem Jahr schon mal den weißen Facelift ST geschlachtet und dessen Motor steht hier und dessen Cockpit steht da drüben und alles, was ich für den Umbau brauche, ist hier im Regal. Das heißt, dieses Ding ist eigentlich nur, und das hört sich jetzt böse an, aber deswegen steht halt hier in dem Video auch Werbevideo rechts oben zum Geld machen da. Ursprünglich war das Auto schon, ich nenne es mal vorsichtig, weiterverkauft, aber der Käufer ist abgesprungen und das ist Tatsache auch ein bisschen der Grund für das heutige Video. Es ist ein reines Werbevideo, denn dieses Auto könnt ihr entweder komplett kaufen oder ich werde es schlachten und dann schicke ich euch halt die Teile zu, die zu verschicken gehen. Dafür gibt es unten in der Videobeschreibung eine Anzeige zu Kleinanzeigen. Und solltest du das Video jetzt ein bisschen später schauen, kann es natürlich sein, dass diese Anzeige unten in der Videobeschreibung nicht mehr steht. Das heißt entweder, dass die Kiste schon komplett ausgeschlachtet ist oder dass das Auto doch im Ganzen wegging. Fakt ist, es ist halt nicht mehr verfügbar, wenn unten in der Videobeschreibung nichts steht. So ist es. Alternativ war ich heute auch schon bei meinem TÜV-Prüfer vorstellig, beziehungsweise bei dessen Vertretung. Heute ist Freitag und am Montag treffe ich mich dann mit meinem eigentlichen TÜV-Prüfer, weil ich mal gehört habe, dass man bei gewissen Fahrzeugen einen sogenannten Rahmentausch vollziehen kann. Das würde heißen, ich besorge mir einfach ein Stino-Fokus, baue die komplette Technik um und vor allen Dingen alle Eintragungen, weil ich mir jetzt zum Zeitpunkt nicht sicher bin, ob die ganzen Eintragungen mit der Leistungssteigerung, der Abgasanlage, dem Katalysator etc. 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 ob die heute überhaupt noch Bestand haben, weil heute ist ja 2024, die Kiste ist aus 2009 und ich glaube, der Umbau ist auch plus minus 2014 gemacht worden. Also das ist halt mindestens zehn Jahre her, dass die Kiste eine Leistungssteigerung mittels unter anderem einem 200-Zellen-Cut bekommen hat. Beziehungsweise, soweit ich mich richtig erinnere, steht der Cut nicht mal drin und dafür gibt es nur ein Flugblatt. Müssen wir gleich nochmal schauen. Wie dem auch sei, wenn ihr Interesse an dem Auto habt und unten der Link zu Kleinanzeigen noch da ist, dann könnt ihr mich gerne entweder per Mail oder halt per Kleinanzeigen anschreiben. Wenn da unten kein Link ist, braucht ihr mich nicht anschreiben. Weder bei Insta noch bei Facebook noch bei YouTube, wo auch immer, dann ist die Kiste schon passé. Genau. Ach ja, und einer der Gründe, warum ich das Video jetzt mache, ich habe bei Insta eine Umfrage gestartet und die ist sehr positiv zum Thema, hey, mach doch mal ein Video über das Häufchen hier ausgefallen. Juhu, genau. Mir tut es wirklich weh, wenn ich das Auto dort stehen sehe und hey, das war ein Rhein. Mal gucken, was wir halt mit der Kiste machen. Natürlich wäre es für meinen Arbeitsaufwand cool, wenn die ganze Kiste im ganzen Deck geht, aber müssen wir halt mal schauen. Und einer der Gründe, ich habe ja gerade gesagt, ich habe das Auto zum Geldverdienen angekauft, ist Tatsache, damit es an der Kiste mal vorwärts geht. Aber bevor es hier vorwärts geht, muss ich hier in der Halle noch ein bisschen was verändern und ein bisschen was vorwärts gehen. Das machen wir allerdings irgendwann erst in einem anderen Video und deswegen sage ich an dieser Stelle einfach das, was ich immer sage. Wenn ihr dem Kanal einen Gefallen tun wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Wenn ihr dem YouTube-Algorithmus einen Gefallen tun wollt, unten in den Kommentaren irgendwas schreiben oder die vorgestellte Wolf-Performance-Frage beantworten. Würde mich echt interessieren. Und wenn ihr dem Florian das bin ich einen Gefallen tun wollt, dann lasst doch gerne fürs Video einen Daumen nach oben da. Ansonsten wie immer an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und setzt mal wieder euren ST gegen den Baum. um.